Wo kann man denn in Friedberg tauchen? Ja, erstmal danke für die Einladung hier. Ein bisschen mehr ran. Ja, erstmal danke für die Einladung. Sehr froh, hier auch da zu sein. Nachdem wir hier schon 50 Jahre in der Wetterau von vorne so reinsprechen, dann ist der beste Empfang. Okay, gut, dann so. Dann nochmal, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir, der TC Wetterau, mittlerweile 50 Jahre alt. Wir gegründet vor 50 Jahren von ein paar Freunden hier in der Wetterau und seitdem durchgehend hier in der Gegend aktiv tauchen. Tauchen, du hast gefragt, wo können wir tauchen? Wir haben tatsächlich einen eigenen See, nein, einen gepachteten See in der Nähe von Butzwach. Wunderschöner See, Name ist Programm, Kristallsee. Weitestgehend über das ganze Jahr hinweg wirklich wunderschönes Wasser. Alter Steinbruch, wenig bewuchs, dadurch halt auch klares Wasser. Aber ich möchte nicht nur über das Tauchen reden, denn ja, unser Wasser, das Wasser ist unser Element. Unter Wasser, aber neben dem Tauchen haben wir natürlich auch noch diverse andere Sachen. Fürs Tauchen muss man auch fit sein. Das heißt, wir bieten im Usawellenbad hier gleich um die Ecke auch Tauchtraining an, immer Freitagsabends. Könnt ihr euch gerne bei unserem Stand auch darüber informieren. Aber auch Aquafitness, auch ein ganz wichtiger Bereich bei uns. Seit vielen, vielen Jahren hat sich dort eine immer größer werdende Gruppe an Frauen und Männern zusammengefunden, die regelmäßig Aquafitness betreiben. Und ansonsten, DTG war eben gerade die Frage, Drucktauchgerät, das heißt genau die Flasche, die man hinten dran hat, also Umgebungsluft, die wir atmen, sodass wir auch lange unter Wasser bleiben können. Wunderbar, super. Was es in Friedberg alles gibt. Wie faszinierend. Was wir allein jetzt schon bei den letzten Vorstellungen hier an Vielfalt mitbekommen haben, mega, sogar ein Tauchclub, obwohl wir, sag ich jetzt mal, keine Riesengewässer oder Meeresnähe oder so haben. Macht ihr auch manchmal, fahrt ihr auch manchmal weiter weg, um irgendwo Tauchevents zu machen? Wir bieten auch regelmäßig Tauchevents, also Vereinsfahrten an, entweder, dass sich ein paar Kollegen einfach zusammenschließen und zusammen in den Urlaub fahren. Natürlich Ägypten sehr, sehr beliebt da drin, aber auch andere Gegenden. Aber auch in Deutschland gibt es ganz viele schöne Seen, eher auch im Norden, weiter oben, auch tiefe Seen und ja. Sehr schön. Also tiefer geht immer, oder? Tiefer geht immer. Richtig, genau. Vielen Dank. Tauchlo, bitte auch.